Ich hab immer noch einen Pfeil im Kopf. Kann nicht wahr sein. Tut doch weh. Ach übrigens, weil ich das ja eigentlich in jeder Aufnahme erwähnen muss, und einfach nur weil Simon das als Running Gag einfach braucht, um zu überleben ist, esse ich jetzt noch einen Mini-Donut. Ich brauch einen Mini-Donut nicht zum Überleben. Ich kann mich auch von anderen Sachen ernähren. Luft und Liebe? Zum Beispiel bei mir fehlt dir? Äh, nö, 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 nö. Liebe hab ich mehr als genug. Ist zwar meine eigene, aber das reicht. Dann fehlt dir offensichtlich Luft. Ich könnt mal wieder lüften. Hab ich erst gestern Nachmittag, ja, aber... Ich hab einen Kellerraum, der wird nicht gelüftet, grundsätzlich. Ja, gut. Das ist dann besonders schön. Lecker. Ich brauch keine Luft. Ich brauch Strom. Ich brauch Strom zum Überleben, okay. Ja, aber das ist doch kein Geld. Energie. Ansonsten läuft mein PC doch nicht ohne Strom. Wenn das jetzt wer rausbekommen hat, was ich da gerade angespielt hab, das ist beeindruckend. Also ich hab's nicht gerafft. Du bist eigentlich in der Szene dran. Ja. Ist aber genau wie mit dem Hohe-Kat-Zie-Sind-Raus, was ich gerade genannt hab, ne? Wo mir keiner zugehört hat einfach. So, wenn das jemand noch kennt, das ist auch ein Stück weit her. Ich bin zweifelig, dass ihr überhaupt hier mit ner Hohe-Kat kennt, aber naja. Ich glaub, es sollte reichen. Fragen wir uns mal, hat eigentlich die komische Redstone-Leitung hier unten. Hübsch sein. Nein, die Redstone-Leitung unter den Stationen. Ähm, die macht die, die lässt die Fahrzeuge stehen bleiben, wenn dann noch eine in der Schiene sitzt. Nee, andersrum, die lässt die nächsten losfahren. Ja, das ist das doch, ja. Ich hab's mir noch nicht genauer angeschaut, aber das war das, was ich vermutet hab. Ich befürchte, die ist auch schon wieder im Weg. Ach, Leute. Bau dran vorbei. Ach, die Eifer runter. Warum ausgerechnet da? Weil da die Mob-Warm steht. Hallo. Dann baust du tiefer einfach. We need to go deeper, again. Ja, siehst du? Hier, ein bisschen Versorgung. Hab ich mir echt so Mühe gegeben mit der Bahn? Dankeschön. Hast du noch eine Axt zufällig? Die habe ich jetzt nämlich eher gebracht. Warum kannst du fliehen? Flight Potion. Ähm, mach dir doch eine Axt. Meine Battle-Axt ist mein Schwert, das gebe ich nicht mehr. Meine Battle-Axt? Ja. Oder du schaust in die Tools-Kiste. Schimmt, die gibt's ja auch noch. Oder du schaust in das M.I.-System, weil es gibt, glaube ich, auch ein paar Waffen drin. Ja, leider. Axe of Despair, gut. Nicht schön, aber muss reichen. Ich bin besser als die Hand. Ich habe auch nur eine Axe of Despair, also, ne? Ich habe doch meinen Magneten, genau. Soll ich mich mal ins Autocrafting ran machen? Ja, das wäre so nett. Ja. Crafte und dein Auto. Also ich meine jetzt hier das ME-Crafting, ne? Äh. Gerne. Äh, die Materialien, die ich nicht verwendet habe, die sind da hinten in der Kiste. Die an dem männlichen Lila-Stein. Ne, ne, die da. Okay, cool, danke. What 64, halt. 64, wovon? Ähm, MA Basic Processor. Hm, ich habe da ganz schön viel übertrieben. Das passt schon, die können wir noch brauchen, glaube ich. Okay, mal gucken, was brauche ich? Ich glaube, ich hatte jetzt ein Light Potion. Also, wie viel brauche ich noch für die Axt? Ich muss nach... Neun Blöcke abbauen, also bestellte ich mir jetzt kurz neun. Neun Holz blockieren. Weil ich möchte die wenigstens auf dem nächsten Level haben, die Axt. Ja, der bringt schon mehr, wer Fackeln hinschmeißen könnte. Hab selber keine. Hab ich hier noch? Okay. Na, wo geht's? Ich komm jetzt mit mir das System dran, oder jemals Fackeln. Lässt du das mal sein, ehrlich? Raften. Das wird nicht besser, aber er hat mich schon wieder geschlagen und vergiftet und verbrannt damit. Nein. Nicht geschlagen. Ist kein Unterschied. Ich wurde vergiftet und verbrannt, und das ist deine Schuld. Gefokus-punched. Das ist auch ein Schlag. Ne, ne, ich hab Steuerung-Rechtsklick gemacht. Hm. Ja, gefokus-punched. Das ist ein Unterschied. Schlagen machen mit der Faust. Fokus-punched machen mit Steuerung-Rechtsklick. Ne, Fokus-punched ist das, äh, das Wusch-Geräusch, wenn man schlägt. Ja, und das Wusch-Geräusch, das, äh, wenn man schlägt, kommt auch mit Gift und Verbrennung zusammen. Von daher hast du den Gefokus-Punch. Nicht vorwiegend, aber nebenbei. Doch. Das Geräusch kommt nicht, wenn ich Steuerung-Rechtsklick mache. Das ist in dem Fall kein Unterschied. Tatsache ist jedenfalls, dass du Meereslebewesen missbrauchst. Ja. Tust du doch. Deine Arme aus, dann. Ja. Missbrauchen. Wenn du nicht aufhörmlich gießen willst. Austergießen. Die haben nicht einmal mehr Sand, wir hatten da vergessen, Sandrennen zu tun. Derjenige der Meinung war, wir haben genug Perlen. Nein. Oh, wir haben nie genug Perlen. Ich meine, wir haben zwar überall fast ein Stack, aber wir haben nicht genug Perlen. Warum denn nicht? Automatisier sie doch einfach. Nein, das wollen wir nicht mehr. Nee. Übrigens hoffe ich echt, dass bald eine neue Version rauskommt, weil ich mittlerweile warte, 12 Frames echt kaum arbeiten kann. Ich auch nicht, mir geht's genauso. Ich meine, ich hab mich mittlerweile fast dran gewöhnt, aber es ist trotzdem scheiße, weil es einfach nicht flüssig ist. Ich frage mich halt, warum. Das liegt wahrscheinlich am Dings, und wenn es nicht am Dings liegt, liegt es am Bums. Am Sand wahrscheinlich. Am Client. Ich glaube, aber das sollte jetzt nur wirklich passen. Nein. Doch, doch. Haben wir denn eine Säge, Mühle? Nein, wir haben keine Sommel. Wieso? Dann baue ich da mal eine. Wo soll ich denn? Muss an einem Bumi rankommen. Wachsen die Crops echt so unglaublich langsam, die Soybeans? Dass wir bis jetzt wieder nur fünf Stück von gewachsen sind, oder lagern die sich irgendwo anders aus? Man weiß das nicht. Mal kurz die Pipes abgehen. Ist das überhaupt zentriert? Ist das nicht. Asymmetrisch. Asymmetrisch. Das hast du jetzt schön betont. Mhm. Kriegst du einen Gummipunkt für. Das ist stolz auf mich. Jahrelange Übung. Ich glaube, hier Arbeit. Jahrelange Sucht nach Gummipunkten. Das noch nicht mal. Nicht? Nee. Das ist aber traurig. So. Es ist dunkel hier unten. Jetzt nicht mehr. Acht Minuten. Echt. Acht Minuten bis war's. Acht Minuten bis meine Flügel abfallen. Achso. Die Engel Deadline. Oder so'n Scheiß. Ja. As the Ritual Stone. Spammen. Gott, wie langsam diese Bienen sind. Ja, dann solltest du vielleicht mal eine schnellere Variante breeden. Ja, ich bin noch nicht mal eine Mutation durch. So, was genau lokiert ihr jetzt eigentlich? Ich hab noch nicht ein Beehive, äh, Beewax Zeug. Ich hab noch nicht. Ich hab noch nicht. Ah, nee. Vielleicht höher Platz? Darf ich ja irgendwie, aber hm. Ich hab schon wieder ein Skelett gespawnt. So, jetzt funktionier' gefälligst. Danke. Was heißt eigentlich Nullishing? Nullishing, äh, settinged. Hm. Ja, warum, warum steht das dann wohl bei dem Essen dran? Ja, deswegen frag ich, ja. Also, man kann ja sagen, was man will, aber die World of Suffering sieht nicht aus. Das finde ich aber nicht so. Ich sehen will. Na, aber ich hab's ja eigentlich auf dem, auf dem rechten Bildschirm, aber, naja. Ja, aber hier hast du nochmal Natur. Ja, ich trau mich grad nicht, wie gern. Ah, ich hab's bewusst. Siehst du? Scheiß, Gally. Ich stell schon grad zur Seite. Was? Aktivieren wir mal kurz, nicht bewegen. Nein. Geh weg. Super, wie soll ich da jetzt wieder hochkommen? Äh, du kannst dich hochbauen, du kannst auch fliegen. Äh, ich kann nicht fliegen. Doch. Wir halten jetzt nicht für Verschwendung. Ja, stimmt. Ich war eigentlich am Auftrag für dich. Ich baue mal ne Bahnstrecke nach hier unten. Nach hier unten? Nach hier unten, ja. So will das Suffering. Nach hier unten. Ja. Richtig. Hier unten? Ja gut, okay. Das lässt sich einrichten. Gut, dann baue ich mich mal hoch. Viel Spaß beim Aufräumen. Hm? Was nimmst du schönes Obsidian, um ihren Tag zu versüßen? Das war's, ey. Damit mich aber ruhig. Ich hättest es nicht laut sagen sollen. Das hättest du jetzt echt nicht laut sagen sollen. Hat doch noch Obsidian dabei. Ja, gut. Ja, ich hatte Zugriff zu, ey. Ja, so. Da schätzt du niemals einen unglaublich guten Freund. Ja. Niemals. Ach, komm, wo ist letztes Manilium hin? Du musst da unbedingt mitten in der Mitte sein. Ja. Warum? Weil, warum? Ach so. Zählt. Passt. So, ich hab's auch keine Ahnung, ob dieses funktioniert mit dem Holz da drin, aber sollte sie eigentlich. Sie kann man die Rituale ja auch ineinander platzieren. Also, eigentlich können wir die Erze ja hier gleich weiterverarbeiten, oder? Also, ich meine, automatisch. Ja. Welche und wo? Die Nethererze, beziehungsweise die von dem Laser. Ja. Weil die jedes Mal mit dem Hammer zu bearbeiten, das ist übertrieben, finde ich. Wir haben eh unendlich eigentlich von denen. Das ist eben wieder sowas, das hätt nicht unbedingt sein müssen. Was? Ob sie denn hier. Ach, wenn ich mich daran erinnere, schneide ich's raus. Wie rausschneiden? Ja, rausneiden halt. Nee. Wie ich deinen Obse denn hier abbaue, als nämlich die gesamte Funktion behindert. Nee. Doch. Oh Gott, Scheiße. Das hab ich nicht gewusst. Sorry. Nachdenken, bevor man mich ärgert, hm? Ja, das wär, glaub ich, besser gehen. Tut mir leid. Dann hätt ich wenigstens gewusst, wie viel Spaß ihm das macht, dich zu ärgern. Hm. Tja, jetzt ist alles vorbei. Das ist bei allem nicht so traurig, wie ich erwartet hab. Na doch. Ich kann den Spaß so schnell nicht mehr nachholen. Wir brauchen nochmal nicht kein Holz, oder? Was? Wir brauchen nochmal nicht kein Holz, oder? Holz? Äh, naja, eigentlich nicht. Doch, ganz dringend. Wir haben nur noch, keine Ahnung, 50, 60 Stacks davon. Warte, ich schau nach. Im Barrel haben wir noch... ...nur noch acht Stacks. Oh mein Gott. Egal, es reicht trotzdem gerade so. Ich will was holen. Haben wir... Ich kann aus dem Lava-Tank locker Lava rausnehmen, oder? Stört keinen. Äh. Doch, mich stört's. Zu spät. Dich darfst stören. Gut. Das sind wir doch für netz-sibilisierte Menschen und nachsichtig. Hm. Was heißt das? Du Arsch. Genau das. Wo darf ich denn jetzt... Also mal ansatzend jetzt. Wo darf ich, ähm, die... ...Crafting-Dingens da hinbauen? Wohin? Ja, wohin, das frag ich ja. Ja, du fragst, ob du diese da hinbauen kannst. Nicht wohin. Ähm. Warte ich doch wohin. Am besten bei den Smelteries. Unten, also. Ja, unten bei den Smel... Ja, ich weiß, dass ich mir die Ecken sparen kann. Das ist mir egal. Ich seh da oben schon die Leitung. Hm. Mal gucken. Mal gucken. Ja, das lässt sich schon einrichten. Das haben wir eigentlich nur so schöne Glasfarben. Alle. Wir haben, glaube ich, noch alle da. Hm. Dürften noch alle haben. Dürfen noch 22 Sekunden. Ich sollte vielleicht mal einen Schluck trinken. Das wird wirklich knapp bei dir. Jetzt nicht mehr. Jetzt sind es wieder 18,9. Sekunden. Minuten. Ja, was mach ich jetzt mit der Haltestelle? Müssen wir jetzt demnächst zur anderen Seite aussteigen. Da ist auch kein Abbruch. Eigentlich ist es ein Abbruch. Egal. Fürs Team kann man sich schon mal was brechen. So Sache ist nur easy, durch die wir das Suffering kriegen, soweit ich weiß, keine Items. Das heißt, wir müssen uns noch irgendwie umschalten. Äh, warum umschalten? Mit drawbridges. Eben. Mit drawbridges. Dass wir dann da oben die Spikes einziehen. Wir haben gerade keine Ahnung zu brauchen. Spikes einziehen. Geht das mit den drawbridges? Probier's aus, so hast du eigentlich zu tun. Mhm. Ich baue mir nur kurz meine Pickaxe fertig. Ich weiß nicht warum, aber ich wollte eine bessere Pickaxe. Ach so. Und die Materialien haben wir ja. Die ist stonebound, was heißt das? Die ist besser, je kaputter sie ist. Ich wollte kurz sagen, die wird besser, je kaputter sie ist, ja. Haben wir die davon erklärt? Ja. Das wird übrigens komplett redundant, sobald du da ein Autorepair drauf hast. Hm. Na, auf jeden Fall habe ich jetzt eine Kuhdeaxe, äh, Picke. Kann ich die mal sehen? Mhm. Hier hinten. Schlecht. Fast leer. Ach, wir haben schon Ardite. Oh klar, wir waren ja, klar, gut. Ja, wir haben 39 Ardite und Manilium dürften wir auch noch ein Gate haben. Ja, Manilium und Ardite, klar ist das eine geile Hacke. Mhm. Mal sehen, was hat die denn alles. Manilium Level 9. Da musst du aber halt auch gut 330 mit Cobble mit abbauen, bevor die Bappel beim nächsten Level. Ja, ich denke, die ist dann schon schnell genug. Stell ich mich ein bisschen in Milch rein, dann geht das schon. Milch? Haste. Milch gibt doch Haste. Ja, gut. Dürfte doch eigentlich Instamine sein, oder? Manilium. Nee. Team Milch. Und warum kriege ich hier nichts raus? Ich kriege hier keine... ...Dinge raus. Kann das sein, dass, äh, Meadows, Queen und so, keine... Äh... ...Gott, wie heißen die? Keine Waben geben? Doch. Es kann sein, dass das geändert wurde. Weißen sie aber eigentlich. Kann man doch mit N.E.I. machen, oder? Nicht? Ja, kann man. Ja, doch, die sollten Waben... Ja, okay, 30 Prozent, das ist es wirklich. Ja. Wir brauchen übrigens mehr Schilder. Warum? Für das Wasser hier. Weil die Monster ja erst hier drin Schaden bekommen sollen, nicht schon auf dem Fall. Also ein Schild ist, glaub ich, noch im M.E. System. Weil es immer so toll ist, dass da einzelne Sachen drin liegen. Also ein Schilder. Also ein Schilder. Also ein Schilder. Also ein Schilder. Also ein Schilder.